20 Stück, oi, 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 strong, da haben wir der normale unten, eigentlich kann ich mich dann so hier an dieser Stelle bewegen, die zwei machen Pause, die zwei machen Pause und immer so hin und her, dann geht das schon, okay, der kommt auch, so, nein, da ist einer, aber da müsste doch ein zweiter auch sein, naja, dann halt nicht, ah, toh, essa Ja. Hm. Ja! Äh, äh, ähm. Das war's für heute. Ich glaub den Lord Ghul machen wir als nächstes, he 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 he, witzig, den kann ich wahrscheinlich mit Level 60 einmal alleine machen irgendwann, ach komm, das ist so nervig, dass die so geringe dropshaws haben aber zumindest kann man da ganz gut leveln, oh was war das, halt falsch, okay das war das, okay das war da das ist so, hab was er doch damals gemacht denn das war das war das war das war noch mal icexin macht es nicht so, hab ich ihn jetzt auf Gefunderschauen oder jetzt sterben wir deniauchafar worden, was da also vorherige ich noch Es war erstaunlich wenig los auf den Servern mittlerweile, weil in Karstel Hall war ja immer am Tower war ja unglaublich viel immer los und da steht zurzeit gar keiner mehr. Könnte aber auch daran liegen, dass ich den Server gewechselt habe nach dem einen mysteriösen Tod, der sich als PvP Kampf in einer Kampfzone herausgestellt hat, also ein erlaubter Kill. Ja, da habe ich mir gedacht, nee, also PvP hier ist jetzt nicht so geil. Vor allem ohne Anfrage war ich halt schon ein bisschen fies. Oh, Blue Gangster. Das nicht, aber das hier können wir ja mal machen. Das ist die Serie. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt wo ich die andere Quest angenommen habe, jetzt geht es natürlich schneller mit den Boxen hier. So, jetzt geht es weiter. Und was haben wir denn da? Level 49, Carriot. Cool. Oh, nee. 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 Oh, jetzt wird es noch spannend, welche Quest als erstes fertig wird. Oh, nee. 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 brauchen wir bloß 5 Material Boxen so 3 2 3 2 Oh, da könnte die 25er-Quest dann doch eher fertig sein. Komm, mach doch hin, Alter. 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 Ja. Ach Gott. Das sieht sich jetzt schon wieder so. Aber die 10% hier unten machen wir auf jeden Fall noch voll, hätte ich gesagt. Hallo, irgendjemand muss doch ein Material dabei haben. Mann. 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 Mann.